bitte ich komme was ich sagen, holen wir das wenn wir jetzt mal anders rasiert den Weg, den wir eben schon gehen wollten danke, probier's ich gebe mir Mühe als hervorragender Kämpfer bewährt wo ging es bei der Operation Fracture war der Codename einer Betankungsoperation der Mediz auf dem Planeten Victor wir haben damals hohe Verluste erlitten, konnten die Flotte aber retten shit nice Herr Talvin hinter dir funktionsfähiges Ablehnungszielerfassungsmodul geordnet 428 Meter nordöstlich meine Analyse zufolge ist ein Wurf die einzige Option wenn sie gestatten ein Wurf das ist der Wahnsinn bist du dir sicher das ist wirklich gut Erfolgschance 68% das ist beruhigend was mit den restlichen 32 wenn nichts wagt der nichts gewinnt okay wenn ich wagt der nicht gewinnt Wind 3 Knoten Richtung 274 Reichweite 95 Meter Projektilmasse 89 Kilogramm wie geht es vertrauen sie mir wow wow das war krass guter Wurf guter Wurf gern geschehen Pilot viel Glück da drüben Richter, hier ist Blisk ja, Richter hier der verdammte Pilot will den Sender benutzen halten sie ihn auf ich verlasse mich auf sie Blisk out ne, andere Richtung verstanden Sulu 1 Kilo 1 Vorrücken Alpha 2 setzen sie Soldatenhaft schnell nice ja jetzt können wir die Krane wie geil wir machen uns mit dem Kran einen Weg oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott boah, Baba boah jetzt bin ich grad ein bisschen geflasht bin ein little bit geflasht ja kurz regenerieren kurz generieren ich würde gerne bitte einmal kurz mein Leben generieren servus Achtung leck mich gut wir müssen noch da hinten ist ja nix zack einmal benutzen läuft elektrisiert bleib liegen bleib liegen AAH alles klar alles klar weg da ähm ja wir müssen hier links weiter gehts lass die einfach in Ruhe jup Achtung 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 rein da raus da mehr ist die müssen sie auch nicht wir müssen die Krane benutzen ok wir müssen die Krane benutzen ok ne die sind freundlich mehr geht nicht müssen wir es so machen grüßig komm wir mal besuchen nja nja es ist schon ein anderes Feeling Leute wenn ihr das Spiel noch nicht gespielt habt dann müsst ihr das unbedingt nachholen rein hypothetisch gesehen das geht doch gar nicht doch das geht doch gar nicht doch das geht warte mal jetzt müssen wir das ja nochmal in der Position glaube ich oder jawoll ist das geil gemacht Junge Achtung den selbstgebauten Weg wenn kein Weg vorhanden ist dann erschafft man sich diesen hm Gott sei Dank Schiss gehabt dass ich sterbe Achtung hoch da hoch da ist ziemlich weit oben brauchen Anlauf 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 und jetzt Herre Viderci Kollege Kilo 1 4 Pilotgesinthe der kommt auf euch zu bitte bestätigen Kilo 1 4 hört ihr mich? bitte kommen Kilo 1 4 ich höre dich nicht an alle eine ein Kilo 1 4 antwortet sich bereit machen für Angriff auf das Ziel an Sender 4 verstanden sind am Eingang von Sender 4 Position im Kampfbereich und doch und doch nice pass auf die müssen wir dann alle wieder zurückstehen geht auch geht auch eine Zivilladung macht Kaboom weg da weg da weg da weg da weg da hat aber die holle ein funktionieres mit dem runter könnte sein dass der pilot von dort hinten will ein könnte sein dass wir uns von dem heizen weglocken werden 3 konzentriert uns an den piloten für den typhon habe ich andere Fälle ne ich grad wo ich den jetzt würde ich den jetzt machen ok die sind freundlich Dann geht's hier gleich wohl richtig zur Sache, ne? Alles klar. Was haben wir noch hier oben? Noch mehr. Ah, hol ein funktionierendes Modul von der Schüssel. Wie komme ich zu dieser Schüssel? Das ist die große Frage. Geht's noch höher? Noch höher. Okay, es geht noch höher. Wir gucken mal. Niau. Gut, Sie sind an der Scheu herum. Bewegen Sie die Schüssel ganz nach rechts, um Sie in Reichweite zu bringen. Ach, ganz rechts. Bitte. Ach nee. Aufpassen. Bleib liegen. Lade nach. Oh mein Gott. Rausholen, rausholen, rausholen. Und wer muss jetzt rumlaufen, oder ich? Wir müssen jetzt getrennt. Protokoll 2. Missionsupdate. Abblickmodul gebogen. Ach, das ist die Rückkehr, Cooper. Achtung. Rausholen, rausholen, rausholen. Aktiviert. Nochmal. Das war kacke. Rausholen, rausholen, rausholen. Rausholen, rausholen. Aktiviert. аш, das war kacke.